Und es geht direkt weiter mit Techit. Hi. Es geht. Das war ein schneller Übergang, oder? Ach, Quatsch, der war so langsam. Wie. Stimmt, du bist schnelleres gewöhnt. Okay, Fips. Nein. Was möchtest du? Ganz ehrlich, rede doch einfach. MFE, zwei Stück. Nee, ich mach gerade meinen Kompropropressor. Habe ich noch Redstone? Wie, dein Kompressor? Der ist doch nicht wichtiger, Alter. Rekt dich doch nicht so auf, Mann. Wir haben noch Zeit der Welt. Künstlich, weißt du? Ich rede mich künstlich auf. Ja, das ist ja noch schlimmer. So künstlich wie deine Brüste. Ähm. Ja. Genau. Ja. Ich bin viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um mich aufzuregen. Deine Brüste. Welche Brüste? Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Ich baste einfach mal die MFE, okay? Eine. Und die kriegst du nicht, weil du genug Diamanten hast. Das sieht aber eher aus wie Augen, oder? Ja. Was soll das darstellen? Brüste. Naja, wenn die Nippel in der Mitte wären, kriegst du das hin? Nippel sind eigentlich in der Mitte. Sieht eher aus wie ein fetter Kerl. Wie soll sowas wie ein fetter Kerl? Männerbrüste. Oh Gott. Man macht sich nicht über dicke lustig, Leute. Das ist total uncool. Oh ja. Ich mach's trotzdem. Ich bin auch kacke. Nein. Ich würd nicht sagen, dass ich kacke bin. Vielleicht ein bisschen. MFE. Ich glaub, ich würde mich demnächst mal von dieser Folge verabschieden. Denn ich werde Nahrung zu mir nehmen. Rektor. Gut. Dann machen wir jetzt noch die eine Folge fertig und dann erstmal für heute. Okay. Ja. Für den Abend. Erstmal alles fertig. Okay. Oh, das hat Vegetarne im Hals. Oh, hört ihr diesen Regen? Es regnet? Bei mir. Mach mich mal auf Dauersendung. Weißt du? Wir hatten in diesem Let's Play die ganzen 78 Folgen noch nicht einmal Regen. Bei mir in real life regnet's. Deswegen hab ich gesagt, hört ihr das nicht. Soll ich mal ins Fenster gehen? Wieso regnet's hier eigentlich nicht? Warte. Ich hab grad den Regen angemacht und es regnet nicht. Alter, man hört das aber ganz schön stark. Ja. Dann... Mache ich mal mein Fenster zu. Ich weiß nicht. Ich hör nichts von Regen. Vielleicht war es auch nur das Lied. Ich verarsch ihn gern mal. So, 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 so. Ein MFE. Weißt du, du bist cool. Du kriegst als erstes ein MFE. Where are you eigentlich? Ach, hinten. Ähm, Moment. Ich muss mal schnell... Du musst das verstehen, Phipps. Naja, ich max mir einfach. Ich max mir. Hallo, hier bin ich. Was seh'n ich. MFE. Whoop. Aus Ränder auf dem Boden. Mehr. Energie. MFE. More fucking energy. Oder für was steht das? Äh, irgendwas mit... Das würde sogar passen. Ja. More fucking energy würde wirklich passen. Ach, du hast dir das zugebaut? Gah, raus aus meinem Zondel. Ich geb dir grad mehr Energie. Das sollte dir... von Nützen sein. Achso, ja, was macht... Was macht der MFE? Da kannst du zum Beispiel deine Nano-Shoot und sowas drin aufladen. Phipps, du drückst jetzt erstmal keine Energie mehr vorläufig. Aber, aber, aber... Du hast gerade das Kabel zerstört. Telekom, ja, ja. War wir ein fetteres Kabel, wir brauchen. Achso. Ist gut. Gut, dass ich hier gerade so einen schönen Arbeitsschacht einrichte. Ich seh nichts. Ah. So, und damit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Wie? Achso. Okay. Whatever. 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 Lol. Okay. Einfach mal mitten in der Folge. Das ist professionell. Das ist einfach... Das ist professionell, Alter. Wie ist es professionell? Das hast du noch nicht mal gebracht. Aber ich war sehr lange weg. Ja. 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 Wir ficken... Wir entwickeln uns in eine falsche Richtung, Leute. Das kann nicht so... Hast du gerade wirklich ficken gesagt? Nein, habe ich nicht. die Entspäcke. Und da haben wir auch das mit sich ziemlich stark danach angehört. Ich weiß, ich habe das selbst gemerkt, aber ich habe es nicht gesagt. Das kann nur sofort, es war eine Illusion. Eine Illusion. Wem wird das erzählen? Meine Oma? Und wenn die das interessiert? Nein. Ja, doch gern. Nein. 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 Dein Riesenhaus sieht ein bisschen aus wie ein Baumhaus. Fällt mir gerade ein, so wie ich da drin bin. Aber ein bisschen. So, ich verlege jetzt fettere Kabel. Baut dir deine MFE. Los, tu es. Nein, ich kann die nicht bauen. Ich habe diese Goldkabel nicht. Und das ist... Nee, ich habe auch keinen Bock, die zu bauen. Nein. Die liegen? Nein. Bei mir in der Kiste. Aber es ist egal. Ach so. Okay. Dann hast du es mir wenigstens schon mal einfach gemacht. Wo denn? Da draußen in den Kisten. In den Freikisten. Mo. Mo. Das war gerade... Das hat sich völlig hergerührt. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Los. Nein. Das war einmalig. Das war cool. Das war einmalig. Das war extrem cool, alter. This is your story. This is your story. This is your story. Stoned. Stoned. Verstanden? Stoned, verstehst du? I know what you mean. Was 4 Energy Crystal? Das braucht man dafür. Richtig. Leck mir doch die Dästchen. Ja, ich habe es doch noch heute gesagt. Nein. Bin ich geil. Das hast du gerade nicht ehrlich gesagt. Das hast du nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Das habe ich dir gesagt. Weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht. Ich hänge fest. Ich bin hängen geblieben. Oh ja. Oh ja. Das bist du. Dankeschön. Bitteschön. Du Penis. Oh ja. Ja, sag mir schmutzige Sachen. Küche. Küche, Badezimmer. Wie macht man denn so doppelt Insulated Cable? Einfach zweimal. Gibst du mir jetzt nochmal Rubber? Zweimal Rubber drauf machen. Ich rub mir einen Rubber, Rub. Normalerweise musst du dann den Rubber in den Extractor. Ich habe keinen Rubber. Nein, dieses Sticky Resin in den Extractor. Habe ich auch nicht. Könntest du mir was geben? Sticky Resin? Warte, ich mache gerade. Sticky, 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 Sticky. Ey, du bist ja mal richtig Sticky, Junge. Oh, sexy. Was hast du bloß, hast dieser Mann gemacht? Ja. Du meintest dieses Lied, du musst jetzt nicht richtig gemeint haben. Kennst du den nicht von Ape Crime, diesen, äh, oh, sexy. Da. Hey, warte, nein. 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 Alter. Was war das? Das war... Was war was? Das waren Bruntsschreie oder sowas. Ja. Ja. Mösslich. Alter. What the fuck, man. Okay, ich darf nicht mehr so laut sein. Die Mutter ist jetzt... Das war krank. Und schläft. Ja. Guckst du mir jetzt mal Rubber? Wo ist jetzt der Sticky? Warte. Das muss... Ich erkläre das gleich. Nein. So, hier sind zwei Extraktoren. Was hast du nur aus meinem Mann... Ach nee, aus diesem. Ja, rick dich ab. Nein, nein. Nein. Die tust du hier in den Extractor und da kommen dann gleich jeweils drei Dinger raus. Aus einem Sticky Rising. Stacksay. Yeah. Das hört sich eher an wie... Soll ich sagen. Das kommt der Sache schon eher. Ich hoffe, hier kommt kein Creeper. 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 Creepy. So, ich verlege jetzt ein Kabel. Ein fettes Rohr nach hinten. Was? Was ist mit einem fetten Rohr? Da hörst du genauer hin, ne? Ich war gerade mal ein bisschen auf Kau. Ja, Fips, gibst doch einfach zu. Facebook? Ich fand ich auch... Du machte gleich... YouFace. 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 Verstehst du? Ich weiß, was du meinst. Sondern nicht meine Internetseite. Ich weiß, was du meinst. Duschlinge. Was meine ich denn? Schlingel. Schlingel. Oh Gott. Oh. Je. Leckt mir doch die Nüsschen. Irgendwann kommt mal jemand und macht das wirklich, weißt du? Weiß. Und dann... Und dann habe ich doch das, was ich will. Jemand, der meine Nüsschen... Anscheinend... Ey, passt. Ja. Hast du das wirklich gesagt? Ja, das hast du wirklich gesagt. Soll ich heute noch vorbeikommen oder reicht's auch morgen? Wer hat gesagt, dass du es willst? Bei mir wär's nicht schlimm. Bei dir schon. Das wiederum... Du musst du mal die Vorteile sehen. Ich hab'n MFE. Dann stell' ihn dir in eine fucking Hütte. Ja, wohin denn? Irgendwohin. Irgendwohin. Dann stell' ich ihn jetzt genau neben die Bed-Box. Oder? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Würde das klappen. Ja, das dürfte gehen. Mach' ich ein paar Blöcke daneben. Ja, ich hab' jetzt... M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Ja, ich bin grad am Telekommisieren. Mh-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. machen die denn hat man hier ich weiß gar nicht ich bin grad geflasht um mann du weißt doch gar nicht wir haben nicht gar nicht nein ich bin ja nur der technik freak der geek du bist hier der monsieur unter uns der monsieur der monsieur der monsieur warum baue ich das ja nicht ab das war sogar so geil wie katz schatten weißt du eigentlich was ich schön finde weißt du was ich noch schön finde Prozent Katzen mit lustigen Fellmuster weißt du was ich noch schön finde ich weiß was du nicht schön was bin ich denn nicht keine ahnung dass wir heute die aufnahme haben und die gleich schon vorbei ist das findest du nicht schön ja doch dann bin ich dich endlich los aber ich kann nicht mehr weiter spielen ich weiß gar nicht was du ist du isst was du bist äh du bist was du isst natürlich ach ist das so ja also wenn du pizza isst dann bist du pizza da oh der ist mir so rausgerutscht hübs das ist ekelhaft ist dein Problem ne aber es ist nicht mein Problem jetzt rastet der total los ist das schön okay sein MFE füllt sich schon mal ich geb dann so viel Strom an und ich ab weißt du das ist so voll willst du so viel Geld haben klar gib dir einen Diamanten pro Jahr pro Jahr pro echtes Jahr ne ja genau das reicht mir schon wenn du deinen Uran gibst ah welches Uran das was du gegebenenfalls irgendwann mal findest der sagt dass ich jetzt keinen sage so willst du Uran haben? nö willst du dir geben? hast du da hinten eigentlich noch ne Bedbox stehen wo das alte Kabel hingehen werden oder? nö 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 dann.. ich verlege einfach 2 Kabel nö warum 2 Kabel? 1 für low voltage und 1 für high voltage ach IG ach 진행 du hast gerade nen Penis in die Erde gegraben hehehehe Penis gesagt oh god meine brücke sieht auch aus wie ein penis von oben so ein bisschen weiter diese musik die macht mich epileptisch wieso brennt eigentlich der zombie? tut er doch jetzt steht er im flammen so wie deine mama auf Klo auf was? bitte was? wie deine mama auf Klo verstehst? weicht? echt lalalalalalala lalalalala 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 schön einfach schön ja so eine gesangsstunde mittendrin ist auch mal was feines so zwischendurch mal diese kabel hier die sind diese kabel welche kabel? welche kabel? diese ganzen kabel gib mir den beat gib mir nen beat irgendeinen komm schon boomchicka 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 wow wow bachicka wow ja geh schon stoom geh schon stoom 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 deinwas ja voll behindert was hier machen Oh ja, das ist es. Nee, du kriegst jetzt weder Low-Voltage noch High-Voltage, also du kriegst jetzt gar nichts mehr. Ich bin so müde. Gibt's etwas im Fernsehen? Alarm für Cobrelle, für Werbung. Ich mein's ehrlich. Äh, ich glaube nicht. Ist halt schon wieder so ein Zocker-Tag. Meinst du? Ich weiß nicht. Soll ich gleich weiter zocken, oder? Ja. Soll ich mich überschreiten? Lade dir Kassex-Stressers runter in die Demo. Nein. Die ist ja nach drei Sekunden wieder vorbei. Was ist hier nach drei Sekunden? Du hattest sie in drei Sekunden durch. Nein. Nein. Ich hab jetzt schon eine ganze Weile gespielt. Ja, ja. Ich hab den Teil, den meisten Teil, ja, von dir gesehen. Er suche ich mir das, Monsieur. Monsieur. Komm, ich geb dir die Hand. Ich geb dir die Hand. Komm. Komm her. Hallo. Nimm doch meine Hand. Ich versuch hier motherfucking ernsthaft zu bauen. Ich hab... Warum? Warum? Was? Ich hab hier einen Meilenen-Läser und ich trau mich, ihn zu benutzen. Finde ich, hast ihn auf Explosive gestellt, Alter. Nein, du blöd bin ich nicht. Meine Mama sagt, ich bin nicht blöd. Nein, ich werde ertrinken. Alter, ich werde ertrinken. Ich komme hier irgendwie auch nicht so richtig zu was. Die chúng an, das liegt aber daran, dass ich noch nicht so richtig weiß, wie... Schubidubidubidab, schubidubidubidubidab, schubidubidubidab, schubidubidubidab, schubidubidubidubidab, schubidubidubidab, schubidubidubidubidubidab. Ah ja. Ich hab Hunger. Ich auch. Weißt du eigentlich, dass ich Hunger habe? Weißt du eigentlich, dass ich Hunger habe? Ich hab vorhin erst was gegessen, ne? Dann darf ich ja gar nichts essen. Ich hab vor einer halben Stunde was gegessen. Ich fress noch was. Das war nicht vor einer halben Stunde. Das war vor eineinhalb Stunden. Ja, 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 ja. Ist schon klar, weißt du? Es ist schon klar, es ist nie. Um halb sieben war die Pizza, doch, doch, doch. Ja, 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 ja. Und wir haben es jetzt halt neun. Also darf ich wieder was essen. Wenn die Leute nicht denken, du wärst fett. Ich bin nicht fett. Meine Mama sagt, ich bin mit 130 Kilo und 1,50 nicht fett. Jetzt stellt er sich das gerade vor. Ja. Ach, Phipps, ich mag dich auch so. Auch wenn ich 200 Kilo wiege. Ja, auch dann. Okay. Dann friss ich dir die Haare vom Kopf. So, ich hab deine ganze Landschaft einmal aufgegraben. Ja, merke ich, merke ich. Ich hab alles kaputt gemacht, einfach. Hast du wenigstens Erde noch, damit du so etwas zubauen kannst? Ja, ja, ich mach's schon. Aber es sieht trotzdem geil aus. Ich hab einfach nochmal alles aufgerissen. Das ist ja wieder... Das kommt jetzt unpassend. Wir sind immer noch ne Aufnahme. Aber es ist so ein Kommen und Gehen hier. Es ist schön. Definitiv. Hallo. Hallo. Und... Wer bist du? So. Wer bist du, Alter? Wer bist du? Ich bin nur noch der Alte. Phipps, machen wir jetzt noch meine Aufnahme. Was sagst du, was sagst du? Eine noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Eine noch. Eine noch. Nein. Wir müssen sowieso irgendwann mal ohne eins spielen. Los, mach schon. Tu es. Tu es für uns. Tu es für das Team. Für die Insel. Für die... Für diese schöne Runde Insel tue ich das, okay? Runde? Das war ein Argument. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ihr macht jetzt irgendeine Abmoderation. So lange höre ich hier nicht auf. Ihr macht jetzt irgendwas Cooles. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Tech It mit dem Freer Pay, Hangman und mir. Reicht das nicht?